Und go go! Run little girl! Run! 13 habe ich jetzt. Trotzdem mal die ganzen Dinge hier nehmen. Ich wollte eigentlich nur das Schwert haben. Schild und das Schwert, was ich eigentlich habe. Das ist besser. Ja, auf geht's. Warte mal anlegen. Schwert. Ihr seht es ja schon, beim Entzaubern leckt es ja auch. Gut. Dann Nummer 2 ist Sprich mit irgendjemand. Nummer 3, was ist das? Das ist Besiege. Besiegen und Sprechen. Das ist eine Handwerksquest. Handwerk ist so nützlich wie ein Kampfskill. Okay. Das höchste habe ich, was es gibt. Wirst du was? Bitte was? Was soll ich machen? Äh. Das da. Das da. Abschließen. Kann nur bei C4 Elementar genutzt werden. Was? Besiege C4 Elementar. Okay. Das ist da. Das hier. Sprich mit dem Hand... Händler. Wer... Wer war in der Nähe von Windschatten in den... Bin ich nicht hier? Ist es nicht der? Bin ich nicht hier? Ist es nicht der? Äh. Sprich mit dem... Ist es nicht der hier? Aber ich kann es nicht... Ah doch hier. Jetzt hat's. Ging vorher nicht. Ich verwende stets Brunnenwasser. Man weiß nie, was so alles im Fluss herumschwimmt. Mit Händleranwerber. So wieder. Gieß dir die wachsartigen Mais-Setzlinge auf der Farn. Das ist die Farn. Die Geräusche hier, Leute. Da wird man nicht blöd im Kopf. Ich meine, es sind ein Pferd, das ist nachläuft, das ist schon cool. Aber das stört oft einfach mit der Sicht und so. Das könnte ein bisschen mehr Range haben halten. Gieße die... Müsste er nicht hier sein? Müsste er nicht hier sein? Oder nicht? Ah ne, das ist draußen, Leute. Da leuchtet alles und ich bin schon besoffen, sehe das nicht. Erstmal ein Hinpinkel. Passt das. Kaufe Kartoffel-Augen von einem Samenhändler und Pflanze sie auf der öffentlichen Farm an. Kaufe Kartoffeln... Ne, das ist ein Kartoffel-Augen von einem Samenhändler und Pflanze sie. Äh... Na ja, mach mal. Was ist das? Öffentliche Farm. Ey, das sind so viele Leute hier, ich sehe gar nichts hier. Komm auch nicht mehr weg hier. Lol. Egal, ich mache erstmal die Kill-Quest, dann komme ich dann zurück. Besiege und besiege. Auf geht's. Charge. Suche nach einem NSC mit einer Blumenmackierung. Das leckt doch, Leute. Wow, ich sehe nichts, das leckt. Leute, Hilfe. Machen wir. Ich verarsche mit dem Blöden. Hin und her springen da. Das ist bestimmt kein Winter-Renäuser, oder? Joi. Okay, von dem einen Dreifmann an fünf. Ja, von der Ferner mit dem Flüsch, oder? Wo ich da hinkomme, das nervt es doch. Muss ich immer wieder wegkicken da. So. Jo, jetzt questen wir halt hier rum. Und versuchen uns ein Haus zu sichern, irgendwie, irgendwann. Wenn wir anscheinend fünf und irgendwelche Steine haben, können wir das machen. Jo, go. Also, das ist schon. Krass, der hat sich immer wegkickt, der spinzt ja echt. Aber Elementare sind in jedem Spiel schon mal bestätigt. böse gewesen gut noch ein von dem einen und vom anderen zurück chargen und hinjumpen würfeln, würfeln, auf geht's ja, vorhin bei Destiny war der Chat voll, haben alle gequatscht jetzt hier, nix mehr, sprecht mit mir halten's mich am Leben besiege Windelementer, ja ich hab keine Ahnung da war doch jetzt bis jetzt ganz viel los kaum Arcade gestartet alles vorbei gut, wir sind fertig sprich, sprich jetzt muss ich nur noch schauen, wo das mit dem Samen funktioniert die hat ja gemeint so ein Handwerkspress ist meistens markiert mit aber das Flimmern ist heute nicht mehr, oder? wenn ich laufe, kann es sein aber es lag trotzdem noch vielleicht gibt's einen auf dem Kopf du müsst ihn immer schüchtern dann talkest du nur noch hin und her naja dann musst du das ändern höre höre dir dich schon die ganze Zeit zu bin aber nicht mehr auch zocken ne das passt passt ist ja ok nur gibt es halt öfters Chatprobleme dass wir alle rausfliegen und fragt dann zwischendurch mal wundern mich nur kaufe wundern wir ist denn hier irgendwo ein Samenhändler? jetzt sind wir weich ich bin nicht frisch schreib nix los in der Hose etwas auf dem Ha 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 ich bin nicht frisch Japan Herrschaftszeiten was ist denn das mit euch? schrei mal nur so weit kommt dass man so schreiben kann hier herrschaft zeiten wo es los mit Eiche Schatten des Eichs Na? Einfach die Leute ärgern hier, oder? Eine Kaufe Kartoffeln Der müsste doch hier sein, der Samenhänder, dann ist er in der Stadt Die Quest habe ich doch direkt hier bekommen Kaufe Kartoffel Augen Ich gehe mal aus dem Raid, das ist mir zu seltsam hier Das sind nur drei Leute hier Was ich das die ganze Zeit sehe hier Da ist er, das Mirage Portal, Alter Was du gesagt hast Ist es überall, oder ist es nur hier ein Windschatten zufällig? Blumenverkäufer Blumenverkäufer Farmer Meistereiche Müsstin Ich brauche eigentlich Samenverkäufer Samenhändler Rinn Schöpfe Brüdera Erkaufe Kartoffel Augen Mit? Kartoffel Augen Von einem Samen, da habe ich Also mache ich gerade Und pflanze sie auf der öffentlichen Farm Gibt es überall, okay Bin ich hier auf der öffentlichen Farm? Ja schon, oder? Noch nicht bereit Achso Ach, sind das alles Kartoffeldinge? Kann Kann hier nicht installiert werden Bitte was? Wie installieren? Achso, dann muss ich hier raus, oder? Okay, habe ich Es ist echt manchmal die ganzen Sachen nicht verlauter Klingt es aber schon irgendwie Viel hier Wenn dein Vieh krank wird, kannst du mit dem Nutzer Ergänzungsmittel heilen Du findest den Portalmeister von Mirage ganz in der Nähe, im Wohngebiet Ich finde den Aktionator von Mirage Das ist doch hier gewesen, gerade, da ist einer gerade vorbei gelaufen Auktionator nennt sich der Oh Na also ich habe doch Nicht nach Händlern auf der Insel du suchst Von Auslagen direkt du kaufst Ist voll der Jo da, ja Sprich mit Händler Anwerber Na Na Wie ist die hier? Ne, oder? Boah, das lag, Leute Das ist ja echt heftig gut Also, ich werde hier Vielen Dank.